Ja, und über das Verhältnis USA-China spreche ich jetzt bei mir im Studio mit Professor Joachim Weber, Politikwissenschaftler von der Universität hier in Bonn. Es ist doch auf alle Fälle mal ein sehr hoffnungsvolles Zeichen, dass die beiden Staatsführer China, USA, Biden und Xi heute das erste Mal nach immerhin einem Jahr wieder miteinander sprechen. Es ist definitiv ein gutes Zeichen, denn der Gesprächsfaden zwischen beiden Seiten war ja geradezu abgerissen. Zuletzt hat der amerikanische Außenminister seine Reise abgesagt. Es war der Abschuss dieses echten oder vermeintlichen Spionageballons über Nordamerika vorausgegangen. Also die Zeichen standen auf Sturm an ganz vielen Stellen. Und insofern kann man das nur begrüßen, dass man miteinander redet. Und wir müssen auch feststellen, es gibt in den letzten Wochen oder Monaten eigentlich schon gewisse Signale aus China, dass man doch an Gesprächen bereit ist. Die sehr scharfe Rhetorik in den chinesischen Medien gegen die USA, die hat sich doch in den letzten Monaten erheblich gemäßigt. Da sind also nicht ständig mehr diese ganz scharfen Anklagen zu hören gewesen, sondern es hat so ein bisschen einen moderateren Ton wieder bekommen. Offenkundig alles nicht ganz ohne Absicht. Aber man kann natürlich schon sagen, dass sich China als großer Gegenspieler gegenüber den USA sieht. Definitiv. Die Chinesen sind in meiner Wahrnehmung bereits eine Supermacht, keine einfache Großmacht mehr. Die USA sind noch Supermacht und sie ringen beide um die Frage oder um die Stellung, wer die Vormacht, wer die tonangebende Macht auf diesem Planeten ist in der politischen Welt. Und das ist eine mehr oder minder inzwischen erbitterte Rivalität. Und die Frage ist bei Weitem nicht ausgetragen, sondern wird uns sehr, sehr lange beschäftigen jetzt im nächsten Jahr. Könnte das denn mit China gelingen? Könnte das mit Xi gelingen? Er galt ja erst mal vor ein paar Jahren noch als so eine Art Hoffnungsträger, gerade was auch die USA und die Zuwendung zur westlichen Welt betrifft. Also er ist sicher ein starker Mann in China und er hat sich ja auch seine Amtszeiten verlängert, was ja manche gar nicht für möglich gehalten haben, dass das vielleicht gehen könnte. Mao hatte das zuletzt gemacht und gewagt. Und er ist der starke Mann Chinas, eines Chinas, was vor Kraft sozusagen kaum mehr gehen kann im Moment. Und zumindest bis vor kurzem, auch da gibt es ja wirtschaftliche Verwerfungen, die vielleicht diese etwas neue Gangart jetzt befördern. Aber bislang war es so, dass das Land vor Kraft geradezu zu strotzen schien. Und vielleicht ist das eine Voraussetzung, dass sozusagen der starke Mann Chinas die Hand reichen kann, wenn die Chinesen aus einer Position eklatanter Schwäche daherkommen würden, dann würde man von ihnen auch nichts annehmen. Dass sie aber im Prinzip sehr stark sind und es vielleicht jetzt im Moment etwas schwächelt, ist vielleicht eine ganz gute Voraussetzung dafür, dass man ins Gespräch kommt. Und nun wird man sehen, ob die Amerikaner dann auch konsequenterweise damit kompromissbereit umgehen wollen. Oder ob sie sagen, naja, wenn die jetzt schwächeln, dann können wir vielleicht sogar noch einen draufsetzen an Wirtschaftssanktionen an diesem und jenen. Das würde natürlich zu einer neuen Verhärtung der Fronten führen. Jetzt muss man sehen, ob beide Seiten den Willen haben zum Kompromiss. Nur so kann da was bei rauskommen. Ja, und zu besprechen gibt es ja eine ganze Menge. Also natürlich die Klimapolitik als große Herausforderung. So kann man sich sicherlich erst mal annähern. Aber es gibt natürlich auch diese Konflikte auf der Welt. Wir haben den Nahen Osten, wir haben die Ukraine. Und gerade die Ukraine, China als Verbündeter Russlands. Ja, das ist eben weiterhin sehr heikel. Und meine Deutung der ganzen Geschehnisse, was die Rolle Chinas und in der Ukraine-Krise, im Ukraine-Krieg betrifft, das ist einfach die, dass man eigentlich da gar nicht so uninteressiert ist, dass das weiter köchelt. Denn der Ukraine-Krieg verbraucht natürlich in enormem Ausmaß die Ressourcen des Westens. Also diese ganze Unterstützung auf Dauer zu liefern, politisch, finanziell, militärisch, in der Rüstungsproduktion, all das ist natürlich extrem ressourcenzährend und führt auch den Westen an Grenzen des Möglichen. Und solange der Westen da beschäftigt ist und seine Ressourcen verzerrt, solange kann China natürlich lächelnd im Türrahmen stehen gewissermaßen nicht und schaut sich das an. Und nun wird man sehen, ob die Chinesen sagen, naja, es ist aber auch schlecht für unser Wirtschaftsmodell. Es könnte auch aus dem Ruder laufen, dann wird das auch für uns gefährlich. Vielleicht setzt sich diese zweite Lesart langsam ein bisschen mehr durch, das wäre zu wünschen. Ja, dann bedanke ich mich für diese Einschätzung, Herr Professor Weber. Vielen Dank. Sehr gerne.